Herzlich Willkommen Leute zu einer internen Runde Wreckfest, mit dabei sind Hitcher, Füzi, Hotter, Kundran, Manuswerk, TauTau, Alex und Aiton. Hallo. 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 Äh, Äxte. Äh, Äxte. Äh, Äxte. Wow, was halten du für eine mega krasse Kache, Alter? Mit den Äxten drin, geh mal weg hier. Alter, ich hab 29 Schaden bekommen, mein Auto hält nichts aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wer hängt denn da so schnell? Schön. Äh, freeze. Wo bist du denn hin? Alter. Oh, jetzt kommen die ganzen Verrückten da hinten. Warum sind wir denn hier auch noch Bauer? Alter. Ich hab keine Ahnung, da war kein Trackpoint. Wo das hier dann geht. Wenn du zu lange Offroad fährst, dann musst du zurück. Freeze, ich hab die Leitplanke auf der Mutterhaube. Okay, aber da ich weiter ins Sechster bin, ist das glaube ich okay. Ja, so wird sonst so ein Stopp sind. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mein Auto ist viel zu schnell. Ja, ich glaube das war nicht so die beste Idee. Was hast du nicht getan? Ich glaube ich bin gleich tot. Wie bist du? Ich hab zwei Heats abbekommen. Ich bin schon raus. Ich bin schon raus. Aber es ist schon hier mehr als die Hälfte raus. Echt? Ja, ich glaube ich. Noll. Oder? Ich glaube ich sollte ein B-Auto fahren. Hitcher, das waren 84%. Oh Gott, was machst du? Ich hab auch gut Punkte. 84%?! Wie geht das denn bitte? Ich bin der voll... Wie gesagt, wie setzt man denn eigentlich zurück? Äh, X. Ich bin jetzt auch so auf die Strecke gefahren. Okay. Ich glaube X, oder? Ich seh dich gar nicht mehr. Also X auf den Knurda. Ich hab Angst immer runter zu werden, weil ich dann auf jeden Fall tot bin. Was ist das so? Ich hab 10 HP. Ich hab noch 10 HP. Achso. Scheiße, ich hab gesehen. Oh, oh. Ich lande deine Tür da rechts auf. Ja, ich muss mit. Ich fahr mal locker hinterher. Ich fahr mal hinterher. Ich fahr mal hinterher. Ich fahr mal hinterher. Ich fahr mal hinterher. Oh, Hitch! Ja, ich muss zurück. Ich hab hier so'n Dings. Fährst du, falsche Richtung heißt das einfach nur. Nein. Der hat ein Checkpoint vergessen. Nein. Der hat ein Checkpoint vergessen. Hier gibt's ein Checkpoint? Oh, da. Ja, wahrscheinlich. Wenn du zu lange Offroad fährst, musst du zurück. Du hast einfach so'n bisschen Spiehraum. Alex! Ich komme! Oh noll, wer ist das denn neben mir? Ich hab'n Assist für einen bekommen. Das heißt, du seid genau hinter mir. Ich genau. Da muss ich mal weiter. Wieso bist du down? Ich bin so gegen den Zaun geblieben. Scheiße. Wow. Nein! Was? Das Schlimme ist ja, ich hab' nicht mal gezieht. Vor mir ist einer raus. Sag mal, habt ihr irgendwas eingestellt, dass man direkt down ist? Nee. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell das geht. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, Ramm bringt halt überhaupt nichts. Nee, aber auch, dass man so. Aber wie gesagt, 84% mit einem Crash, das hab' ich noch nie. Da musst du ein Vollstief Ding ins Abbekommen haben. Und Dalu sieht lustig aus. Das sieht auf jeden Fall dahinter aus. Da geht gar nichts mehr, würde ich sagen. Auch selbst deine Äxte sind verbeult. Aber McFly, er pöscht dich an McFly. McFly, deine Chance! Ah! Die Sau, ey. Das kann nicht wahr sein. Aber den würd ich mir jetzt schnappen, ey. Mich hat zwei HP gekostet. Den würd ich mir jetzt schnappen, ey. Der scheint von mir auch gerade da bei dir. Nein. Minus 8 und ich bin ganz... Nee. Hotter, wo ist denn Hotter, hier? Weiß ich nicht mehr auf. Aber da sind nicht mehr viele bei, oder? Nee, so viele fahren da nicht in. Oh, oh, oh Hotter. Oh, oh, oh! Wie hast du gut mitgenommen die Leitplanke. Dein Auto brennt, Hotter. Ohhhh! Okay... Nein. Ja, stimmt, innen drin. Sünd dir eine Zigarette an. Ey, der will einer an dir vorbei, oder? Der verfolgt dich. Ja, der verfolgt mich die ganze Zeit. Der ist richtig schnell, Alter. Welche Kamera ist denn die beste? Da hat Chase fahren, ne? Ah, das ist schwierig. Gibt es einen Button für Auto wechseln? Wie meinst du das? Um den Fahrer, also um den Inspektieren... Ah, Steuerkreuz nach rechts. Ach, echt? Nee, das wechsel ich unnüchte das Menü. Nee, wenn du das Menü schließt mit dem Auge. Eine kleine Berührung und ich geh raus. Ja, stimmt, stimmt. Ah, Hitcher, 1 HP. Wo ist Hitcher? Dem muss ich gucken, wie er stirbt, ey. Oh! Ich würde demjenigen was bieten, der Hitcher raushaut. Wo ist einer, direkt hinter Hotter? Ich hab noch 2 HP. Blackfly ist auch low. Alex, die haben alle nicht eröffnet. Der Zweite hat noch relativ viel, der direkt hinter Hotter ist. Was macht eigentlich dieser eine Bot, Digga zur Zeit an der Seite, der da nur rumsteht? Wahrscheinlich weiß er nicht, wie er gaspig. Der Motor, Fehlfunktion. Motor, Fehlfunktion. Der muss sauren Autofahren. Oder muss ein Zauber auskennen? Oh, no! Oh, oh, Blackfly! Ja, sobald ich mir ein bisschen berühre kriege. Von hinten geht ja. Und dann gegen die Mauer. Und damit killst du dich selbst. Aber Hotter, Fehlfunktion. Da bin ich. Ach, du bist auch raus, dann? Ja. Ich bin gegen die Bande gefahren. Boah, bitte? Boah! Alter, das hat mich gar nicht fertig. Was ist Hotter? Meinst du die Nummer 6, was nur ab und da rumsteht? Er schüttt die ganze Zeit ab. Ich mein, den einen, der die ganze Zeit da rumsteht. Ja! Nein, 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 nein! Oh, Hitchi! Komm jetzt, Herr McFly, jetzt streng dich schon an! Aber er bleibt bei mir. Man hat dich schon rumgeeiert, fahr vorbei! Warte, wer denn? Hitchi? Oder wem guckst du? Hitchi ist tot, oder? Hitchi ist tot, oder? Oh, man. Oh, man. Oh, Hotter, sauber! Hotter, noch Feuerviel. Oh, da bist du in meine Karre gefahren. Ich hoffe, die Achse... Ey, die Bots werden's gewinnen. Ja, aber da kämpfen noch welche. Weil jetzt einfach kein Fehler mehr an gut ist. Und zack gegen die Wand. Du wirst einen Fehler machen, Hörer. Ja, da ist die Leitflanker schon. Also das Rennen endet doch hoffentlich, wenn alle Spieler im Ziel sind, oder? Ja. Alle fahren ja. Weil der eine Bot fährt noch. Ich glaub, läuft nicht auch eine Zeit, wenn... Wenn der Erste durchs... Wow! McFly auch raus. Jetzt gucken wir, Hotter's tut, weil der gleich auch raus ist. Ja. Da gibt er die Wand jetzt mit. Nee, Hotter fährt gleich in meine Karre. Da krieg ich... Nein. Hotter ist vorbei, glaub ich, oder? Da ist er doch jetzt vorbei gekommen. Da hat er doch... auf zwei HP sich runtergeballert mit. Soll er jetzt nicht nervös werden, ne? Ja, Hotter. Ja. Jetzt nochmal rechts in die Wand. Ja. Gib ihm! Oh, Hotter! What the fuck? Holy shit! Ach, du hast gewonnen. Alles kriegen. Was, der quer noch? Alle durch. Ja, okay. Oh, Gottes Willen. So anstrengend, ey. Der eine hat, der Watt ist mit AFK sein, siebter geworden. Das gibt's gar nicht, ey. Das soll ich auch mal probieren. Der Trick wahrscheinlich. Beste Runde, 24 Minuten, 31. Ey, der... Tom Hobi gefingescht und ist dann in meinem Auto hängernbleiben. Naja, immerhin gab's 460 Lollars. Ich fand das Auto gut, nur die Kurve nicht. Also ich nehm jetzt ein stabileres Auto. Keine schnelle. Also ich fand die Fahrer, ich fand ganz geil. Wär so B ist ein Drittel tatsächlich, finde ich. Wurde einmal gekrampt und hatte nur noch, weiß nicht, ein Drittel neben. Wäre Hitcher nicht gewesen, hätte ich vielleicht auch durchfahren können. Ja, Hitcher. Die 84er hat's von mir gekriegt, ey. Die Schelle. Das war die richtige Schelle, Alter. Mir stand Freezy im Weg, da war mein Auto fast gemacht, aber Freezy war da. Ja, aber jetzt in der Maßnahme, warum steht im Friedland? Was soll ich denn auch? Ich renne gerne Leichenwagen nehmen. Was ist denn, aber was ist denn ein schnelles, stabiles Auto, wo die Mischung passt? Welches ist das? Der Hammerhead. Was ist denn der Hammerhead? Der Hammerhead ist ein Ländewagen. Oh, nee. Also ich hatte gerade eben den Road Cutter und bin in Super-Web-App. Warte mal, Road Cutter. Das war auch ein A, ne? Guck mal, was der Big Cocker schreibt. Freezy Bad Driver. Unfassbar, ja. Unfassbar. Selbst die Randoms erkennen sowas. Die Stärke, die Stärke ist ja, wie viel aushält, ne? Ja, die Armor, die du reingebaut hast. Also das rechte Stand. Ja. Ja. Ja, der ist besser. Aber der ist in der Kurvenfahrt schlecht. Ja. Je mehr Rüstung du hast, desto schlechter ist auch deine Kurvenfahrt. Tauter, what the fuck? D. Schulbus. Was? D. Ich probier's. D hält am meisten aus, eigentlich. Den kann ich auswählen. Schupus konnte ich nicht auswählen. Du bist du, Alex? D ist gesperrt bei manchen Servern. Ja, ja, das ist hier anscheinend gesperrt. D ist dann sowas wie Panzer, oder was? Der D-Fahrzeug ist leider gesperrt. Was denn hart ist denn? Der Spezialfahrzeug ist, steht das Spezialfahrzeug? Wahrscheinlich. Was wird Spezial sein, ja. So, was hat Dalu jetzt? Wer fehlt noch bei uns? Ein random, oder? Nur? Ein random Hoppy. Hoppy? Ne, Rennschneider aber auch so in 13 Sekunden. Okay, also unabhängig. Ja, die Zeit muss man leider immer warten. Ja, außer mit Aller Raiders, dann springt's ja direkt. Achso, ja, okay. Der Hoppy ist auch noch nicht fertig. Da kommt doch nicht mit rein jetzt. So, jetzt. Ich hab'n Leichenwagen hier. Wer will rein? Lol. Crazy. Ey, das kippelt ja nicht mehr gerade. Lol. Ich seh' nur den Sarg! Mach den weg! Ich war im Sarg gerade mit der Kamera. Ja, super. Fängt doch schon mal gut an hier. Ich bin Cocker an mich. Oh, ey. McFly wird jetzt gegraben. Oh, fuck, ey. Ich wurde einfach seitlich geschoben. Mein Sarg fällt! Nein! Oh nein! Die bringen dir mit! Ich hab'n... Nein, jetzt hab'n nicht mehr. We are reset! Das gibt es nicht! Gesperrt! Da, du! Da, du! Oh, lol! Vor die Kurve bauen die ist doch so ein Sprügel! Kannst du nicht zurückfahren dann? Ja, ich kann nicht zurückfahren. Kannst du jetzt zurückfahren dann? Ja, ja. Dann drück mal X oder A. Aber die Kurvenfahrt ist echt mies. Was? Nein! Du musst halt... Ja, ja. Alter, ihr kommt nicht voll rein, Alter! Was ist denn mit Alex? Alter! Ey, was ist denn mit dem anderen? Die fahren alle verkehrt rum! Jetzt hab' ich gleich ne Runde geschafft! Nein! Breezy, was machst du da? Jetzt sind die Reifen weg! Jetzt doch! Dann brauchst du Ersatzreifen! Ja! Ich weiß, er wird nicht ohne Runde! Breezy! Nee, mein Auto ist, glaub ich, kaputt! Jetzt geht's wieder! Du bist gerade mit Absicht weggefahren? Nein, ich bin zu lange auf Road gewesen, musst du deswegen wieder zurückfahren. Ja, ich auch! Da ist Rückfahrt richtig schlecht gemacht, weil du nicht zurückfahren kannst, bin ich. Du wirst geplämst die ganze Zeit. Aber eben, es sind schon nicht letztes Mal ganz... Du musst jetzt gefahren! Alter, ich hab noch 2,2 HP! Du musst so lange zu fahren, bis das Bild einmal aufblicken, das war gar nicht so lange. Ansonsten ist das selbe Symbol auch für Du fährst falsch rum. Ist schön jemand raus? Ja, ja. War aber auch, ja. Schlechtes von den Randoms mindestens einer, also von den anderen Leuten. Da haben wir auf jeden Fall, sind schon welche rausgegangen. Ja, leider sieht man noch hinten und finish. Zwei Stück. Oh Gott! Ich hab gerade auf... Oh shit! Da guckt man einmal kurz auf Scoreboard und dann... Die auf einmal einer kriegt rüber, ja. Ich kann ja nicht... Ja, hier stehen ein paar Autos rum am Straßenrand. Du musst wahrscheinlich gar nicht so weit zurückkommen. Oh, oh, Alter! Ja, aber wenn ich andersrum fahre, dann fahre ich genauso. Keine Ahnung, ich hab noch 13 HP, die reichen für mein Fahrstil, Papa. Alles klar. Auch für meinen eventuell nicht. Oder den von Alex. Achtung, der kommt jetzt nicht hoch! Das ist ein Stein, Alex. Aber Horta, du fährst doch immer noch falsch. Ja, jetzt sind wir nach vorne. Ja, geflippt. Alles gut. Keine Ahnung. Ich hör von links Motor-Sound. Rassig! Hey, was wird denn sich hiervon gekappelt? Geht mal weg! Lass mal die Profi-Rennfahrer durch! Lol! Da, du! Ich hab's gesehen, du Schlinge! Das gibt's ja nicht! Was? Nicht mich! Nicht mich! Ne, ich bin schon vorbei! Nein! Hitscher, hau ab! Der Hitscher will wieder abstauben. Musst du aufpassen Ey! Mach dich weg, ey! Hitscher, hau ab! Warte die ganze Plätze raus! Hitsch... Oh, das stand. Ah! Du musst richtig vorsichtig fahren. Hitscher! Ich kann hier gar nicht fahren. Schlau rammelt euch da vorne! Gebrache für die ganze Torkel 1-Aufnahmenen. Du musst ja im h greenhouse rammen. Was? Das war Alex! Alex hat dich für mich. Wenn ich Hitsch da? Eindeutig! Ich hab dafür nicht mal Punkte bekommen. So wär's hier vor mir. Alex hat dich gefinisht. Das hat Alex gut gemacht. Oh Gott, keine Wand. Da ist keine Wand. Ich war doch froh, dass er keine Wand hat. Wer ist das hinter mir? Ich bin da. Wie Marius kontrolliert hinter dem Schiffen herfährt. Ich würd den einfach trischen bei dem Leben, den ich schon erwartet. Ja, Moment. Lass mich mal leben, Potter. Ja, ich bin eh eine Runde zurück. Ja, ich auch. Nein. Wir sind, glaub ich, in der selbe. Geh doch. Die Zeit nehmen wir uns. Was, der hat geraged? Ach, Manu. Oder? Oh Gott. Oh Gott. Das war so leicht. Ich hab die Wand gefahren. Aber wenn der Manus raushaut, gib deine Wand auf. Nein, 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 nein. Dann nehmt euch was vor. Wenn du Frontalrammst, sehr wenig. Na dann, dann. Hallo. Ich krieg dich zwar nicht mehr, aber nix. Das ist richtig. Oh Gott. Definiere Frontalramm. Du von vorne, eher egal. Was, der ist Sieger geworden? Beach. Holy hell. Du bist ja richtig händgefahren einfach nur. Hau denen noch eins an. Ja, was soll ich machen? War ja nix los hier vorne. Das war sauber. Ich auch, ne? Aber ich hab einen Takedown. Die sind alle schon raus. Die sind schon raus. Aber wie wär's denn jetzt? Freezy hat nicht mehr viel. Das könnte sich doch noch einer gönnen, oder? Ist das da Freezy? Ich starte und zieh gerade. Ne, Dalu, du bist hinter mir. Warte, was macht denn Dalu, der Schlingel? Oh, Dalu! Ramin raus! Der hat nix mehr! Ja, der Freezy ist schon durch, glaube ich. Ja, ich bin vier da. Oh, oh, da kommt noch mehr. Oh, Hotter! Irgendeiner gibt da noch Gas. Hotter, los, hol ihn dir! Der hat nix mehr, Hotter! Hotter! Ach, Hotter! Hotter! Was war das denn? Hotter! Brennen kommt ins Ziel. Da kommt Dalu reingefahren. Aber noch nie ins Ziel, oder? Irgendwie ist dein Helm verboten, Dalu. Was, Freezy? Förder? Das kann nicht sein. Ja, sicher. Das ist ein Fehler in der Matrix. Definitiv. Ihr habt ja auch die höchsten Zahlen. Also die höchsten Zahlen am Auto, ne? Da kommt Dalu noch weiter hinten, aber das zählt nicht. Okay, so. Und dann sagen... Einladen machen wir noch. Was kommt jetzt? Ne Arena. Guck mal, jetzt kommt er noch hier... Oh yeah! Geil! Jetzt geht's einfach nur darum, am längsten zu überleben, oder? Ne, um am meisten Takedowns zu überleben. Last Man Standing. Ja, jetzt heißt... Aber da weiß ich immer nie, was ich nehmen soll. Ja, das ist aber... Ja, das letztes überlebt, ne? Nicht die meisten. Ja, du kommst nicht wieder. Also wer tot ist, ist tot. Ja, deswegen. Also es geht nicht um Runden, sondern um sich gegenseitig beißen? Ja. Ja. Ja, aber es gibt auch so eine Arena, wo du quasi... Da geht's nach Takedowns. Das heißt, wenn du kapitt bist, spawnst du wieder. Ja. Haben die Leben verschieden, oder ist die Stärke? Ist die Stärke, oder? Verdammt, sind immer noch verboten. Da gibt's nur den El Matador. El Matador! Ach! Ey, was hast du da für Autos, bitte? Komm, nehmen wir auf den. Auf geht's. Es wäre eine lange Lade immer. Wo ist denn der El Matador? Hat man den? Ach, da! Wie gesagt, die D-Fahrzeuge sind... Ja, der sieht auch... Der macht einen guten Eindruck, der El Matador. Es gibt einen, der heißt direkt Rammer. Wo ist denn der El Matador? Wie sieht man den jetzt? Komm ey, ich nehm den Mat-Digger. Scheiß drauf. Der El Matador ist schon der Beste, glaub ich. Ah, der Mat-Digger ist schon schön fett, glaub ich. Der Mat-Digger ist auch nicht fett, ja. El Matador ist so ein flaches Auto. Ich seh immer... War Ragon. So, in einer Minute geht's los, haben die Leute noch nicht ready gedrückt. War Ragon ist es. War Ragon ist es. War backer noch. Nachschunder Name. Müssten alle ready sein, oder? Der Name ist ja eigentlich... Tau-Tau, X-Lia und der Big Cocker. Wer in der Zeit nicht ready ist, wird vom Sarge gekickt, also... LUT. Was? Es braucht halt immer... LUT. Alex, du bist ja auch noch nicht bereit. Jetzt. Ich kann nicht, es leckt die ganze Zeit bei mir. Boah, Sunrise super? Was ist das denn? AK. Ich glaub nicht, dass das was gut ist. Der wechselt den Wagen jetzt noch. Ah. Aber was ist denn... Das ist ja hier genau so, ne? Oh! Aufm Feld! Und wir starten alle mit dem Rücken zueinander. What the fuck? Direkt nach rechts. Rein! Ja, sag ich auch. Ja. Und ich reck mich nach links. Oh lolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Da ist einer, hat die Mühle kaputt gemacht. Da ist gerade einer richtig weggeflogen. Oh, gut, dass sie abgewertet worden ist, wenn wir so voll in die Seite reinkommen. Oh, da steckt sie. Oh Gott, ich hab noch... LOL! Alter, hab ich grad kassiert. Hilfe beim Tape noch leicht bekommen, nice. Und der hier ist schon kaputt. Big Cocker hat's mir richtig gegeben, Alter. Hat alle das Ding gesehen, wie er... Nancy, oh! Hol dir Freezy! Nein! Oh Gott, du hast dich selber geschmottet fast. Schabba in die, Schabba in die, Schabba in! Nancy hat 1 HP! Nancy, musst du auch angeguckt werden. Oh, Nancy, du übersteuerst! Nancy, dein Mikro, dein Mikro! Nancy, dein Mikrofon, du übersteuerst! Nancy, Mikro! Nein! Ja! Nein! Da sind so viele Lowe... Scheiße! Ich geh in die Wand fahren. Das war zu viel des Wuden. Die Nancy lebt immer noch. Und... Ich häng in der Mauer fest! Dann fahr rückwärts! Ja, geht nicht! Es ist nur noch Big Cocker und du! Alex! Mach was! Alex! Tandich! Tandich! Das ist ein kaputtes Fahrzeug! Ich glaube, er sieht dich! Echt? Wie der weiße Hai! Was?! Lol! Hat der ausgesehen ein Auto gereicht? Drei Tandich! Drei Tandich! Tandich!